Servus, der Marc von Peter Jolines. Hier bei mir ist die Victoria und ich Stella immer noch. Stella hat schon so lebt. Victoria kennt sie überhaupt nicht. Victoria kennt ihr schon aus dem Mario Test Piercing Video. Hier gibt es zwei Stück von den Ohren. Und heute machen wir ein paar kleine Bisschen mit dir. Und ich wollte das von Stella auch haben. Stella ist bisschen Jungfrau und hat das echt toll gemacht. So, dann wollen wir mal kurz dein Ohr filmen. So, da haben wir doch einen Teshrook Doublecon Stragos, der sehr schön hat. Und drüben haben wir einen Dave Lightning Bolt in Absarab, mega schön. Genau. Nase habe ich auch noch. Zeig her. Auch schön, sehr schön. Einmal alles hat sie. So. Willst du noch etwas zeigen? Nein, das wollen wir noch nicht. Er ist erst 17, nee 16. 16. Ich bin viel dafür. Ja. 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 Dann haben wir wieder viele Lauten, ne? Ja. Musst du lange übernehmen. Seitdem ich vierte schon war, wollte ich Ohren und Nase. Und jetzt war es gut. Ja. Jetzt haben wir zwei Arten. Und das ist eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, sieben, acht, sieben. Ja. Also ein guter Schnitt. Ja. So, ich stelle ihn gerade mal hierher. Dann. Dann. Dann hälte es mal an. Ja. So, auch zwei Gitte, die gerne oben und unten in weißen. Genau. Ja. Fast überall dazu. Yes. Hundertprozent. So. Guck mal, wie es denn da gemein ist. Sonst tut sie nur noch schreiben. Du hast sie so mozidiert. Sie hat ja die Angst. Ich habe ja ein bisschen weniger Piersens als sie. Nein, der ist ja das nicht. Fällt mir sehr länger lieber auf. Punkt der Abzug. Nein, das ist. Ich habe ja gesagt, die Freundschaft, das kann sich nicht viel ändern, meine. Die Freundschaft wird noch beendet hier. Das Problem ist hier, ob sie jetzt herzukommen, ich wäre ja gar nicht hergekommen. Ich habe mich nur wegen ihr getraut. Ja, ja. Sie so, magst du auch ein Piersing? Ja. Und so ein Piersing wissen wir auch, ne? Irgendwann. Ja, irgendwann. Aber wir gehen leider davon sind noch drei. Ja. Ich glaube, es ist alt. Es ist eigentlich auch wenig davon. Keiner Angst. Okay. Oberabzug, urterabzug mal anschauen. Für Jung. Einmal schauen. Kügel oben, unten. Schön gerade mit sich durch den Bauch. Das haben wir von der Kappermitte gesehen. Passt? Ja. Aber zwei Minuten sind weiß. Auf starten. Auf starten. Genau. So. So, los geht's. Und dann geht's. Ich freue mich auf den Sommer, Vicky. Ja, Vicky. Ja, Vicky. Könnt ihr euch die Beuche schön zeigen und ja. Gerne noch. Lass mich ja. Ich darf mit dem Dach mal ein bisschen. Hallo. Hallo. Ja, ich sprich mit dir schon. Hallo. So. Es war jetzt auch nicht langweilig, ne? Du sprichst jetzt gar nichts. Ich hab nicht mal die Kiechgewege gestürzt. Also wie gesagt, ich sag mal ja. Dadurch, dass du den Eventape und sowas hast. Ja. Ich denkst mir immer das war auf der Knorpel, ne? Und wir haben ja drei und vier auch nicht mehr gemacht, oder? Also deswegen. Sieben Pfirsing sind in ein paar Tagen. Und jetzt Baudel ist. Das Baudel für den Knie in die Verzirkung, du. Alles gut. Alles gut. Ich kann den Kiechelfall. Alles ist gut. Alles ist gut. Ganz locker bleiben. Das war fertig. So. Yay. Das war's. Geschafft. Geschafft. Puh. Wargeziel erreicht. Jetzt kommt das Piercing. Und jetzt kommt das Piercing. Alles schon von Stella kommentiert. Alles perfekt. Alles drin. Eingesetzt fix. Fertig. Einmal durch. Aber wenn du siehst kurz. Wie fühlst du dich? Gut. Siehst du es noch nicht. War es so weit okay? Ja. Was war jetzt schlimmer? Boah. Am allerfragendsten war das Day. Denk ich mir. Denk ich mir. Willst du dich erstellen? Torek? Einmal aufstehen? Ja, klar. Pferde. Mega schön. Darf ich dich auch mal für ein Spiel einladen? Natürlich. Ja. Voll schön. Oh mein Gott. Hallo. Er schaut so geil aus. Das klingt so schön. Sehr schön. Kann sein. Okay. Ja. So, wir zwei. Dann haben wir das geschafft. Ja. Ja. Beide erfolgreich gepierced und ihr seid beide nicht hier drauf. Auf hier. Ja. Genau. So, jetzt mal Süßen. Hier gerne mal auf die Richtung pflege, weil es ja getrennte Videos sind. Falls der eine das eine Video nicht gesehen hat, deswegen kommt es immer ein Doppel. Ganzer Schritt. Hände waschen, Hände infizieren. Das ist klar. Haben wir schon gelernt. Dann bitte bronte den Spray. Das ist das große. Bronte den Gel. Verwenden zuerst. Sprühen wir das eine Wegegrund von den anderen Pissings. Oben und unten. Mit einer Fingerrolle für euch putzen bitte. Auch oben und unten. Keine Wartesteben schenken. Kein Druck auf hier. Das ist gut wie alles. Dann nehmen wir das Gel. Topfen nehmen. Hochboote aufregen. Und den Stab Sand. Wo wir uns bewegen. Drei Wochen und zwei Mal am Tag. Dann wieder drei Wochen einmal. Das sind sechs Wochen am Stück. Und das nächste Woche bitte wieder herkommt. Das sind sechs Wochen von der Verstützung. Wenn wir gerne wieder in Stabels hinkommen. Freut mich. Wir haben ja gut unten gesehen. Danke. Auf jeden Fall. Und ich danke euch fürs Kommen. Denkt bitte an eine Google-Web-Berät. Würde mich freuen. Und wenn irgendwas ist, meldet ihr euch. Ansonsten danke euch für die Videos. Euch war's. Danke fürs Zuschauen. Das war's. Tschüss. Ciao. Und sie sind vor allen Dingen geblieben. Ja. Wir lieben es noch. Hier fällt noch gar nicht Schloss. Es kostet. G restaurante Button. Und viele quedoss du sein auf. Nachdenkliche. Vor allem ist der Türklare本当 verr wheelbar. Soll. Dressen imsem Locksalter im